Der beste Deutsche im letzten Jahr, 48, 98. Er will zur WM nach Peking. 49, 40 ist die Norm. Felix Franz auf der Bahn 4 und wir dürfen schon mal unterstützen mit, aber mit der 8 der Pole vorne, Raphael Omeco, der scheint das bessere Ende zu haben. Mit der besseren Höhenüberquerung da vorne kommt Felix Franz nochmal. Raphael Omeco, der Bode, er wird das Ding jetzt hier, wow, gewinnen, wollte ich sagen, hat es auch. Inoffiziell 35,9. Dann haben wir uns noch so etwa auf Platz 10.